und damit herzlich willkommen zurück zu meinem let's play life is strange remastered auf dem pc folge 41 heute ist es soweit freunde wir sind immer noch in der alternativen gegenwart haben jetzt geholt was chloe verlangt hat und wir wissen was das jetzt zu bedeuten hat ich habe gar keinen bock darauf aber müssen wir jetzt durch ich habe diese szenen hier schon hundertmal gesehen in videos ich habe sie aber nicht ein einziges mal selber gespielt und das selber zu spielen ist halt wirklich es ist was anderes es ist schwer es ist ich möchte das nicht aber uns bleibt nichts anderes übrig freunde wir müssen weiter und wir wissen ja auch dass was ändern werden wieder dementsprechend müssen wir uns das jetzt anschauen das hatten wir alles schon hier dürfte nichts neues dabei sein ich suche nur gerade nach sachen die mich davor bewahren allerdings führt leider kein weg jetzt daran vorbei okay uh give me the blue pill i'm sorry i'm nosy but not precise go ahead and plug it right in it's so easy and painless um okay but get ready to yell for your folks if i screw up oh trust me i will of course my pain just keeps getting worse but you caught me on a good day max i'm so grateful that i'm even able to hang out with you see i'm getting mushy i'm already high you're so adorable do you want anything else um stop me if i'm being too emo but can you grab one of the photo albums over there i'd like to check out some old pictures of us when we were kids please my diary is like emo ground zero plus max caulfield does not pass up a photo op with chloe price ever so das foto album noch so chloe has her own foto album so chloe has her own foto album ah viel mehr gibt es eh nichts zu sehen also so so is that okay perfect oh my god look how little we are there we look like toys i remember that day by the lighthouse my dad was pissed at us he actually tried to give us a time out and you laughed at him my dad would have banished me my dad would have banished me oh man there we are making pancakes i love that shot of us it's hard to believe my dad took that picture only five years ago literally seems like yesterday literally seems like yesterday i wish it was me too this photo maybe i could listen max my respiratory system is failing and uh and it's i've heard the doctors talk about i was so so i know i'm just putting off the inevitable while my parents suffer along and i will too this isn't how i want things to end what 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 are you saying i'm saying that being with you again has been so special i just wanted to feel like when we were kids running around arcadia bay and everything was possible and you made me feel that way today i want this time with you i want this time with you to be my last memory do you understand yes yes i do all you have to do you have to do the iv to 11 what 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 Aber ich zeige euch, was passiert. Wenn der PC mitmacht, ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir das tun. Ich meine, da muss ich eine andere Weise sein. Max, du warst für dein Freund, egal was. Jetzt, ich möchte dich helfen, wie ich mich helfen. Ich will dich helfen, Chloe, aber ich glaube, dass meine Hilfe zu helfen ist. At least du hast eine Wahl. Wenn du willst, kannst du einfach machen, kannst du einfach machen. Schau mal. Ich bin auf der Merse von jeder. Für once. Ich will meine eigene Wahl machen. Der wichtigste Teil meines Lebens. Bitte, hilf mir, Max. Ja, damit hat sich das auch wieder erledigt. Also, wenn man die Hoffnung hat, drumherum zu kommen, dann landet man im selben Auswahlfenster und diesmal ist diese dritte Möglichkeit dann weg. So, also, äh, ja, scheiß drauf. Also, äh, shit. Das ist eine Entscheidung. Ich meine, es ist ein Spiel, ja. Deswegen ist es ja jetzt nicht so, ne? Aber, guck mal. Wenn du ein Spiel spielst, dann fängst du an, dich in diese Personen, in diese Situationen rein zu versetzen. Und je tiefer du drin bist, desto schlimmer ist das. Du, guck mal jetzt. Ja, dankeschön. Jetzt läuft's, ne? Hallo? Perfekt. Äh, so eine Böse. Da ist das scheiß drauf. So, äh, machen wir weiter. Jetzt läuft's ja wieder. Jetzt sollen wir da... Guck mal, du stehst da vor deiner besten Freundin. Gut, hatte den Unfall des Crashnits erlebt. Aber jetzt fragt die dich oder jetzt sagt sie dir, yo, geh mal da hin zu dem Regler, dreh den auf Maximum. Damit werde ich sterben. Hier und jetzt. wirst du das tun. Dein bester Freund oder deine beste Freundin liegt da vor dir, kann nichts machen. Und es ist ihr Wunsch. Willst du das machen oder nicht? Das ist deine. Du entscheidest in dem Moment über ein Menschenleben. Wenn ich jetzt sage, nein, dann kann sie nichts dagegen tun. Wenn ich jetzt sage, ja, dann ist sie erlöst von ihren Schmerzen und von ihrem ganzen Kram. Ihre Eltern sind auch erlöst von den ganzen Schulden und so weiter. Aber natürlich ist das falsch. Aber ich werde es jetzt, glaube ich, tun, weil ich weiß, dass wir diese Zeit rückgängig machen werden. Und ja, und weil das ihr letzter Wunsch ist, den sie uns jetzt hier gegenüber äußert. Ich will mir das aber nicht angucken, Alter. Aber wir machen es jetzt, Freunde. Chloe, ich werde einfach drifte schlöp, drümpf, von uns hier zusammen. Mit schlöp, immer. Ich bin so stolz von dir, für folgen deine dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Sooner than you think. Yeah, da ist sie gerade eiskalt gestorben. Alter, nee. Das ist mir zu viel, Alter. Mann, äh. Und jetzt zur Tür raus und dem Vater sagen, Jo, übrigens, sie ist gerade gestorben. Können wir nicht machen. Wir reisen direkt zurück, natürlich. Äh. Sorry, Chloe. Das funktioniert so nicht. Jetzt muss leider wieder William dran glauben. So eine Scheiße, Alter. Und ab geht's. Someday dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hey, honey. What? I didn't know you had to get groceries. Of course. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us her world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I-I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like, my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when you grow up, we're taking over the world. Listen. Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. I'll always have to be strong. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Not anymore, I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. But it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to stay. And I'll never be the person that I thought. Oh man, eh, tja. Immerhin, sie wieder da. Schwede, wie scheisse. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. I lost all this shit. Freunde, für heute soll's das gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020